Natürlich, wenn man in so einen Wahlkampf steht, als Partei und auch als Mensch, dann würde man gewinnen. Das ist ein bisschen wie im Sport. Und ja, wir haben da nicht gewonnen. Mit dem hätte man auch rechnen müssen. Mit dem habe ich gerechnet. Und darum ist es nicht vorhanden zu weisen, dass ich natürlich enttäuscht bin. Ja, die Spannung war natürlich gross. Wir sind aber ganz klar aus einer Ausserseiterposition gestartet. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Resultat gemacht. Und für mich persönlich ist es auch so, dass ich im Kantonsrat gewählt worden bin. Und das ist auch ein Erfolg.